Also das, was man erwartet hat, zwei Swordies, Ike vs. Link. Okay, schon mal ein guter Start hier für ein Nice Face, der erstmal die Wall aufbaut und jeden Angriff, der auf die Wall trifft, punished. Link hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er Projektile hat gerade. Also Ike ist der, der approachen muss. Oh, okay. Das ist ein Set oder ein Match-Up, was auf jeden Fall auf Augenhöhe ist, denke ich. SDN, Nice Face, sehr gute Kontrahenten hier im Norden. Obwohl Nice Face viel für die Community macht, hat er auf jeden Fall auch irgendwie nicht nachgelassen. Und jetzt sind wir hier im Winner's Tami-Finals. Jetzt hat er auf jeden Fall auch eine gute Leistung. Oh, der erste Stock geht an SDN. Eine gute Leistung gegen Splash Mage gezeigt, den er, glaube ich, 3 zu 0 besiegt hat. Oh, gute Shletch Trap. Ja. Das kommt alles hier auf den Killern. Ah, ach, tatsächlich. Das kann man einfach so punishen. Ein guter Punish hier auf jeden Fall von Nice Face. Der einfach unter die Abi geht. Okay. Aber 80% hier schon auf Nice Face. Oh, aber hier ein, schon mal eine gute String. Schafft es hier langsam etwas Momentum aufzubauen mit den Nairs und Backairs. Gute Cross-Ups. Oh, die Nair war wichtig, dass die trifft. Oh, und das wird hart gepunished. Die B4-Up-B. Interessante Interactions hier gerade. Wir müssen natürlich... Also, bei beiden Charakteren muss man sagen, dass die Recovery eine Rolle spielt. Die sind beide exploitable. Wie man sieht, hat Link, was gegen beide Recovery-Optionen die Eye-Cut. Mit der Bombe. Link natürlich... Links Recovery-Option nicht weniger exploitable. Allerdings hat er noch die Bomb-Recovery und die ist dann doch sehr viel sicherer. Oh, okay. Okay, es wird hier langsam... Spannend, wollte ich gerade sagen. Und schon holt sich SDN das Game. Ich muss das hier einmal eintragen, kurz. Ja, so machen wir das. Ich mach einfach beides. Gut. Erstes Game ging an SDN. Es war allerdings auf jeden Fall ein spannendes Game. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das in der Best-of-Five noch verlagern wird. Und schon mal hier die erste Kombo von SDN schafft's, Nice Face Offstage zu bekommen. Auf jeden Fall immer scary. Also mit Link Offstage zu sein, ist nie komplett sicher. Ja, guter Damage jetzt gerade hier von Nice Face. Oh, wow. Also man sieht, dass Nice Face auf jeden Fall Eye-Cut. Ichs Recovery punishen kann. Das haben wir jetzt schon zweimal gesehen. Einmal mit der Abbie und einmal mit dem F-Tilt. Das Timing ist da. Oh. Entscheidet sich dann nicht für die Bomb-Recovery zu gehen. Okay. Da hat SDN schon gewusst, dass er ihn da fast schachtmattet, wenn er da aggressiv drauf geht. Also sind wir hier wieder even. Okay. SDN jetzt hier an der Edge und er schafft's wieder mit der Letge Trap gut Druck zu machen. Oh. Oh. Diesmal nicht Zeit gehabt, die Bombe zu ziehen für die Letge Trap. Oh. Oh. Und der Early Kill. Okay. Also hier jetzt eine gute Führung für Nice Face. Und da der Projektil hat, muss er nicht approachen. Er muss gar nichts machen. Außer Projektile. Und er hat ein starkes Momentum gerade. Oh. Er macht guten Damage gerade. Okay. Das ist jetzt schon fast wieder unauf... Oh. Unaufholbar für SDN. Und da kommt die Bombe diesmal. Und ja. Das ist das 1-1. Nice Face schafft den Ausgleich. Auf jeden Fall gut. Gut gespielt. Ich werde hier mal versuchen mit... Können wir das machen? Nee, warte. Ist nicht stressig. Ist nicht stressig. Ja, wenn man gesehen hat, wie das beim alten NEZ war, ist das überhaupt nicht stressig. Ah, okay. Ja. Also, es steht 1-1. Auf jeden Fall ein gutes Set. Nice Face gut aufgeholt diesmal. Man hat auf jeden Fall gesehen, wenn die Lead da ist, dann... ...ist das auf jeden Fall noch mal was ganz anderes. Ich muss mal kurz... ...Headset wechseln. Genau. Ja, jetzt... Jetzt... Hä? Hat das andere nicht funktioniert? Ja, jetzt höre ich mich auf jeden Fall. Gut. Also, wir sind hier wieder ein leichter Lead für Nice Face. SDN gut gewartet, um nicht von der Bombe getroffen zu werden. Oh. Interrupted. Kann aber nicht den Nerf Lodge punishen. Und SDN ist wieder safe on stage. Lässt sich hier auch nicht. Einfach giften easy. For free. SDN versucht auch gar nicht, die Ners zu punishen. Also, die sind sehr, sehr schwer zu punishen. Wenn überhaupt. Oh. Oh. Okay. 150... 170% jetzt schon hier auf... ...auf Ike. Oh. Oh. Und down tilt into up air. SDN also wieder mit der Führung. Aber 180% mal schauen, wie lange er das halten kann. Er kann schon mal guten Damage hier machen mit der Abbi. Und der Update. Okay. Also, wir bleiben hier. Even Steven. Auf das Matchup habe ich mich tatsächlich gefreut. Die beiden. Also generell Schwertkämpfer Matchups finde ich immer sehr interessant. Aber wenn die beiden auch noch sehr gut sind. Und even. Dann macht das hier auf jeden Fall Spaß. Oh. Sauber. Er setzt auf jeden Fall die Armor von seiner... ...von seiner Ether sehr gut ein. Einfach, weil es sich nicht lohnt, gegen den zu traden. Gegen die Attacke. Okay. SDN Offstage. SDN an der Edge. Kommt er da wieder raus? Oh. Er rollt diesmal. Das ist immer risky gegen Link. Aber man muss auf jeden Fall seine Optionen ausnutzen. Da kommt die Bombe. Da ist die nächste Bombe. Und... Nice Face geht in Führung. Okay. Kann er hier... ...zuerst mal in Set Advantage gehen? Oder in Game Advantage besser gesagt. SDN auf jeden Fall am Sharken. Gerade aber schon sehr viele Prozente gerade auf Link drauf. Genau. Downtilt. Oh. Okay. Forward erklärt. Bei den Prozenten muss man dann, glaube ich, tatsächlich den Downtilt kriegen. Um den Confirmed zu bekommen. Da hilft dann keine Nair mehr. Da kannst du nur noch so Frametrips draus machen. Oder readen. Oh. 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 Schön gemacht von SDN hier gerade. Mit dem F-Smash. Downair trifft leider nicht. Das Timing war off. Oh. Nair trifft fast. Aber richtig gut getimte Get-Up-Attack. von Nice-Face. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Auf jeden Fall. Also bei den Prozenten ist es schon super scary. Gegen Ike. Ja. Wow. Der Up-Smash klärt einfach. Genau das meine ich. Genau das meine ich. Bei den Prozenten ist es einfach scary gegen Ike zu spielen. Weil wenn er eine Nair bekommt, wenn er einen Grab bekommt, könnte er möglicherweise eben die Up-Air bekommen. Oder er readet halt, dass ein Air-Dodge kommt und absmacht einfach. Und der killt dann wirklich bei den Prozenten. Ich bin gleich wieder da. So. Wir sind hier jetzt in Game Nummer vier. schon mal eine gute Chance hier gerade für SDN den Sack zuzumachen. Oh. Da hat er gerade Patient gewartet, aber leider nicht die Reaktion gehabt, um zu punishen. Okay. Guter Punish. Für Nice-Face ist es im Moment sehr wichtig, SDN an die Edge zu bekommen. Ich glaube, das ist so seine beste Chance. Oh. Oh. Okay. Das war Risky von SDN. Und mal schauen. Jetzt ist er nämlich an der Edge und er hat seinen Jump noch. Oh. Okay. Er hat immer noch einen Jump. Aber man merkt, also dann kann er halt nicht so gut Aggression zeigen, sondern er muss irgendwie zurück ans Stage kommen. Auch in die Mitte der Stage. Schafft er aber nicht. Nice-Face mit dem F-Tilt. Geht ja also in Führung. Und das ist wichtig. Wenn er jetzt irgendwie den Stock halten kann. Oh. 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 Das wäre wichtig gewesen für Nice-Face jetzt gerade. Aber auch so. Jetzt geht es erstmal ums Damage machen wieder. Und ich glaube da hat Nice-Face einen leichten Vorteil. Einfach weil SDN erstmal an ihn ran muss. Oh. Oh. Da war der Boomerang schon draußen. Und da gibt es natürlich erstmal eine Combo-Opportunity. SDN macht das gut. Er baitet auch gut mit dem Up-Tilt. Also ich glaube da war wirklich einfach kein Grund diesen Up-Tilt zu machen, außer jemanden reinzubaiten. Und das hat auf jeden Fall seinen Sinn erfüllt. Und da war wieder SDNs Dash-Attack. Sein Signature-Move würde ich schon fast behaupten. Oh. Oh. Und die Up-B. Die Bombe ist schon draußen Das kann gut sein, das kann schlecht sein Jetzt auf jeden Fall gut Und, oh, oh, okay Zu früh, zu früh eingesetzt Oh, okay So, mal sehen Wieder die gleiche Situation Es ist sehr wichtig für Nice Face Jetzt etwas Damage zu machen Einfach, weil er, wenn Wenn Ike etwas Damage drauf hat Kann er ihn mit jedem Hit auch einfach weiter Von sich entfernen Also wenn er bei 60% eine Nähe abbekommt Dann fliegt er auf jeden Fall weiter Das heißt, er kann dann wieder mehr mit Projektilen machen Aber die Dash Attack, ja Und das ist genau das Ding Also Dash Attack Wide Range Punish Und wenn man dann gerade so versucht Eine Sidebeer rauszubekommen Dann kann man natürlich eine abbekommen Es ist also Last Stock Möglicherweise der letzte Stock Für Nice Face Außer er kann hier gegen SDN Den Ausgleich erzielen Oh Ja, wichtige 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 Situation jetzt hier Gerade für Nice Face Aber, oh Oh Dragon Ball Z am Ende Aber die Down Air Kommt nicht gegen die Abwehr von SDN an Und wir sind Im Winners Finals Mit SDN Gegen Weiß